Mindfulness oder Achtsamkeit? Diese Begriffe gehen Hand in Hand und wir erleben ja auch eine Sprache, die sehr häufig mit Anglizismen bestückt ist auch. Das heißt, wir haben im Deutschen sehr englische Begriffe. Und insofern passen sich natürlich auch im Rahmen von Globalisierung, von kultureller Globalisierung Sprachen an. Nicht eine Sprache ist ja nicht etwas Statisches. Wir können ja nicht nur auf einer deutschen Sprache beharren oder auf einer englischen Sprache beharren, sondern es ist im Grunde genommen eine Anpassung, die stattfindet und damit ein Austausch, eine Assimilation. Und insofern ist dieser Begriff Mindfulness etwas sehr Gängiges. Mir persönlich gefällt er besser als der Begriff Achtsamkeit, den man oft auch missverstehen kann. Das ist ja so, im Wort Gebrauch gibt es verschiedene Synonyme, verschiedene Bedeutungen, auch verschiedene Bedeutungen in unterschiedlichen historischen Epochen und Betrachtungsweisen auch von Persönlichkeiten oder deren Formulierungen und damit deren Standard, die sie vorgeben. Und Mindful heißt einfach auch, ich habe ein Mind, ich habe ein Bewusstsein, ich habe eine Psyche, eine Seele, also etwas, was im Bewusstwerdungs- oder im Bewusstseinsprozess läuft und hier seinen Ausdruck findet und eben voll ist, also ein volles Wahrnehmungspotenzial zum Beispiel hat oder eben ein differenziertes Wahrnehmungspotenzial hat. Und das ist wirklich voll. Also da sind Dinge, die einfach auch in einem guten Maße differenziert betrachtet werden können. Das heißt, wenn ich mich mit einer Sache in der Wahrnehmung auseinandersetze, in dem Sinne von Mind, dann entsteht daraus tatsächlich eine Vielfalt von Effekten oder von Wahrnehmungsmöglichkeiten. Und Mindfulness bedeutet, dass ich in jedem Augenblick meines Lebens, in jedem gegenwärtigen Moment Dinge wahrnehme und sie besonders gefärbt sind und ich eine besondere Stimmung habe und diese Stimmung beobachte und mit dieser Stimmung bin, also durchaus auch im Genusssinne bin oder in der Hedonie bin oder auch in der Nicht-Hedonie bin. Das heißt, ich nehme zum Beispiel gerade einen Schmerz wahr, einen Zahnschmerz oder ich nehme eine Erkältung wahr jetzt gerade und bin in diesem Erkältungszustand und merke, in meiner Nase ist es so und in meinem Kehlkopf ist es so und so, dann gehört das einfach mit dazu. Ich kann nicht so tun, als ob ich diese Erkrankung, diese Erkältung nicht hätte, sondern ich nehme sie wahr und lasse sie zu, ich lebe damit. Ich spreche trotzdem zum Beispiel so ein Audio, trotzdem ich erkältet bin. Andere Leute würden sagen, das kann ich nicht tun, ich muss vollkommen gesund sein, also wie diese berühmten Virtuosen, Geiger oder sowas. Bei klassischen Musikern erlebt man das öfter auch, ja, ich kann nicht, in meine Hand geht nicht und das nicht und jenes nicht, was ja darauf hinweist, dass das was anderes im Hintergrund ist oft. Man kann in jedem Zustand des Lebens etwas tun. Jeder Zustand des Lebens ist wertvoll. Wenn ich hier auf diese verschiedenen Buddha-Staturen verweise, beispielsweise, da liegt einmal der Buddha auf dem Boden, da gibt es einen sterbenden Buddha, es gibt einen sitzenden Buddha, einen stehenden Buddha, was auch immer, also einen Menschen, eine Abbildung, der Buddha ist ja nichts weiter als eine Abbildung des Menschlichen, in verschiedenen Lebenszuständen, den Guten wie den Schlechten. Und diese Dinge in einer Mindfulness zu akzeptieren und damit zu sein, ist etwas ganz Wichtiges. Wenn ich müde bin, bin ich müde und trotzdem lebe ich und trotzdem existiere ich. Und trotzdem gibt es unendlich wertvolle Wahrnehmungsmöglichkeiten, die ich in dem Zustand habe oder Arbeitsmöglichkeiten oder Leistungsmöglichkeiten oder irgendeine Erprobung, was auch immer. Also Mindful ist mit dem zu sein, was wirklich ist, was wirklich in dem ist, in diesem Ausdruck dessen, was jetzt sein will. Und das bin ja nicht nur ich, der das veranstalte, also der Betreffende, der es selbst macht, sondern es ist ja die Umwelt auch, die um ihn herum ist und die etwas macht. Das Wetter macht eine bestimmte Atmosphäre. Die kann kuschelig sein bei Regenwetter. Es gibt wunder-, wunder-, wundervolles Regenwetter. Und es gibt Regenwetter, das geht dir richtig auf den Geist. Nicht so, wie man das vielleicht gestern Abend gegangen ist, wo ich zu nichts Lust hatte und mich zwingen musste, dies oder jenes zu tun. Dann ist das einfach so. Und du nimmst es wahr und du hast es dann vielleicht trotzdem absolviert oder auch nicht absolviert. Du hast entschieden und in dem Sinne stand dir das zur Verfügung. Also Mindful ist, wenn ich trotzdem hingucke oder deswegen gerade hingucke und hingucke heißt Wahrnehmung jetzt hier in dieser Übertragung und ich etwas wahrnehme einfach auch, etwas Neues wahrnehme, immer wieder etwas Neues entdecke und dieser Fluss des zu Neu zu Entdeckenden und Wahrzunehmenden, der endet ja nicht. Der ist ja immer wieder vorhanden. Und der braucht auch immer wieder das Zentralphänomen des Loslassens. Ich kann mich in eine Sache hineinbegeben, vollkommen und konzentrieren. Und durch diese Konzentration geschieht wieder etwas anderes und etwas anderes. Und dann ist es auch wieder wichtig, loszulassen und weiterzugehen, zu sagen, ich habe jetzt das gemacht und jetzt kommt etwas anderes dran. Und die Dinge stehen einfach so nebeneinander. Ich bin nie in Wirklichkeit nie etwas vollkommen ausgeliefert. Das Problem der menschlichen Psyche ist natürlich auch immer wieder das, dass sie von einer Sache eingenommen wird, dass sie von einer Einseitigkeit generiert ist oder sich vor allem selber generiert und selber das dazu beiträgt, weiter zum Beispiel ein Leid zu bedienen und das Leid zu generieren und immer wieder etwas Neues draus zu machen, anstatt hinzugucken, was möchte denn jetzt meinvollerweise noch sein. Auf was hast du denn nicht geachtet? Was hast du denn bisher nicht beachtet? Hast du nicht gesehen, dass da oben etwas steht, was also wunderschön ist, was in dir ein Gefühl auslöst? Oder kannst du nicht abwarten, was der nächste Tag dann bringt? Weil jeder Tag ist anders, jeder Moment ist auch irgendwo anders. Trotzdem wir natürlich einen Standard haben und uns in diesem Standard oder in dieser Kontrollmöglichkeit bewegen. Wir sind ja nicht wie Wind und Wetter den Sachen ausgeliefert und eben auch Verdeih und Verderb auf dieses oder jenes angewiesen, sondern wir können es ja schon kontrollieren als Menschen. Und das ist auch sehr wichtig, dass ja kein Missverständnis entsteht an der Stelle. Aber mindful heißt, ich achte auf Verschiedenes, ohne es zu wollen, also ohne meinen Willen oder meinen zwanghaften Willen so stark zu machen, dass ich sage, ich will jetzt das unbedingt haben. Das ist was Einseitiges, das ist was sehr Egozentrisches. Nicht, das ist etwas, was die Dinge ignoriert, was sie im Extremfall missbraucht und sagt so, ich will nur das und das erreichen und nur das und das ist mir wichtig. Das ist nicht mindful. Mindful ist, auf dieser Welle, die dich da gerade trägt, zu schwimmen und nicht unterzugehen und dich von der Welle nicht erschlagen zu lassen. Mindful ist, im Wind zu existieren und durch den Wind auch hindurch zu kommen, ohne großartig Schaden zu nehmen. Mindful ist, das zu nehmen für dich, was du nehmen kannst, also was wichtig ist für deine Art, für deine Eigenart, nicht auch um des Überlebenswillens jetzt im Extremfall. Vor allem aber, um mental im Alltag sein zu können und dadurch zu entdecken, jeder Augenblick des Lebens ist unendlich wertvoll, weil er so niemals wiederkehren wird. Und wenn du ihn dann in deiner Lebensgeschichte hast, also in deiner Erinnerung hast, dann wirst du dich daran erinnern, wie wertvoll das war. Das Leben ist an sich wertvoll und es gibt nichts Besonderes zu erreichen, sondern die Dinge an sich, diese Geschichten an sich, die du erzählen kannst, die du erinnern kannst, die so da waren, sind wertvoll an sich und das ist dein Leben. Also das ist mindful. Mindful ist, wenn du den üblen Geruch wahrnimmst und weißt, der üble Geruch ist in fünf Minuten nicht mehr da, weil der Furz sich verselbstständigt hat irgendwo oder verdünnisiert hat von deinem Partner oder wem auch immer irgendwo und mindful ist, wenn du das absolute Parfüm hast und diesen wunderschönen Geruch eines Menschen, der von sich aus seinen Geruch natürlich auch stets und ständig verändert. Da gibt es gute Gerüche, da gibt es schlechte Gerüche und all das und alles gehört zusammen. Das ist mindful. Mindful ist, wenn du deine Kopfschmerzen hast und die Kopfschmerzen einfach auch wahrnehmen kannst und sie beobachtest und ein Stückchen spazieren gehst und läufst und irgendwann ist der Kopfschmerz nicht mehr da. Die meisten Dinge kommen und gehen im Leben. Die meisten Krankheiten kommen und gehen. mentale Krankheiten genauso wie körperliche Krankheiten. Also klassifizierbare Krankheiten kommen und gehen und führen meistens nicht zu einer Einschränkung oder zu einem frühen Ableben oder sowas. Also das muss man sich mal vor Augen halten, was es eigentlich bedeutet. Das heißt also, ich kann wirklich mit dem Leben sein, ohne mich einseitig an Besonderheiten, an Unflätigkeiten, an schrecklichen Disputationen hochzuhangeln und zu sagen, das ist ja das Absolute und ich muss mich und den anderen jetzt vollkommen absolut davon überzeugen, dass es so ist oder ich will den anderen vernichten. Nein, es ist es nicht. Es lohnt sich keine Einseitigkeit und es lohnt sich kein Anhaften. Es lohnt sich kein, ich bin nur auf das bezogen und das ist die absolute Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit, absolute Wahrheit an sich. Wahrheiten verändern sich stets in einem Kontext. Es gibt nur verschiedene Betrachtungsebenen dessen, wie wir das Leben sehen können und betrachten können und die können sich erweitern. Das ist Mindful. Die können also immer wieder anders werden. Und da kommt mir immer was anderes zu Hilfe und was anderes eben auch zu Nichthilfe. Da gibt es immer wieder Stockungen und es gibt Missbefindlichkeiten und es gibt Missmutigkeiten und all das. Und das aber, Achtung, zuzulassen, nicht indem man dann einseitig an dem Missmut oder an der Freundlichkeit anhaftet, sondern zu sagen, es wandelt sich einfach, wenn ich es zulasse, die Verwandlung, wenn ich es beobachte und insofern Mindful oder jetzt bringe ich den deutschen Ausdruck, achtsam bin. Das ist sehr interessant. Also dadurch wandelt es sich zum Beispiel die berühmten Vorurteile, die wir haben. Wir haben eine bestimmte Einstellung in der Sache gegenüber. Also nehme ich das Beispiel von gestern Abend, in dem Regen loszufahren, etwas zu besorgen irgendwo, mitten in der Stadt irgendwo, hatte ich eine absolute Scheu davon. Ich habe schon überlegt, oh Gott, welche Ausrede finde ich meiner Frau gegenüber, dass das nicht ging. Und dann habe ich überlegt, lüge ich dann irgendwo und sage, du, ich war da und die war nicht da oder ich habe die Straße nicht gefunden, irgendwas. Und das habe ich natürlich sofort verworfen, weil was soll diese Lüge nicht? Diese Lüge ist nicht sinnvoll irgendwo. Nicht, dass ich Angst hätte vor dem. Oder ich habe doch Angst, weil meine Frau ist jemand, der dann merkt, wenn man lügt oder ich merke das. Mit Lügen müssen wir ja gar nicht großartig anfangen im Leben auch. Und dann habe ich es trotzdem getan, war da trotzdem drin und es war interessant, es hat geregnet, ich wurde nass und dann habe ich das Ding abgeholt, war in Kontakt mit diesen Menschen und plötzlich in dem Kontakt mit den Menschen und all den Umständen habe ich gemerkt, Mensch, das ist okay so, das ist prima so. Ich habe nicht nur irgendetwas abgearbeitet oder absolviert oder ihr zuliebe als Hilfe getan, damit wir das haben, sondern ich war da drin. Das ist jetzt ein wertvoller Bestandteil meiner Lebensgeschichte, das erlebt zu haben. Das ist Mindful oder das könnte man als Mindful bezeichnen. Also wirklich mit dem zu sein, was da ist, nicht etwas Absolutes oder Besonderes anstreben, die Dinge nicht haltbar machen zu wollen, weder im Guten noch im Schlechten. Du kannst nichts haltbar machen. Es ist nur das, was jetzt da ist. Und da gibt es Phasen, da ist es nun mal halt gut ein Problem. Und dann gibt es Phasen, da ist es nicht so gut und da ist es schlechter. Und das gilt es alles zu akzeptieren und eigentlich zu entdecken. Und ich würde sagen, so dieser Entdeckungsprozess ist was ganz Wesentliches daran, die Dinge immer wieder entdecken zu dürfen, zu können, ein Stückchen weit dann wieder loszulassen und wieder was anderes zu entdecken. Und gewisse Zusammenhänge zu erkennen oder auch mehr zu erkennen, also auch dabei zu bleiben und eine Erkenntnis zu ermöglichen, das ist Mindful.